Grundkurs Alte Geschichte Folge 1 Alte Geschichte eine Einführung. Zunächst ein herzliches Willkommen zu diesem Grundkurs. Er hat die Aufgabe, Ihnen all das nötige Wissen über die Ereignisgeschichte der Antike zu vermitteln, das Sie aus der Schule nicht mitgenommen haben. Also insofern passen Sie gut auf, versuchen Sie möglichst vieles von dem in Ihrem Langzeitgedächtnis abzuspeichern, was ich Ihnen jetzt sage und lassen Sie sich überraschen, was die Alte Geschichte zu bieten hat. Heute in der Einführung soll es um drei Fragen gehen. Erstens, was ist Alte Geschichte? Zweitens, warum Alte Geschichte? Und drittens, mit welchen Quellen arbeitet die Alte Geschichte? Zuerst, was ist Alte Geschichte? Nun, da kommen einem viele Antworten in den Sinn, alles was irgendwie sehr lange her ist. Man denkt spontan vielleicht an die Griechen und die Römer, aber eben auch an Ägypten oder das alte Mesopotamien, vielleicht auch das alte China oder das alte Indien oder sogar die Azteken oder die Mayas. Was ist denn nun die Alte Geschichte? Zunächst die Frage, um welche Zivilisation geht es eigentlich in unserem Fach? Dann daraus abgeleitet, wie lässt sich die Alte Geschichte chronologisch eingrenzen? Also von wann bis wann spielt eigentlich die Geschichte, mit der wir uns beschäftigen? Dann drittens, wie lässt sich die Alte Geschichte periodisieren? Also was für Teilepochen gibt es innerhalb der alten Geschichte? Das möchte ich in diesem ersten Schritt mit Ihnen besprechen. Zunächst also, um welche Zivilisation geht es? Sie haben hier schon angedeutet eine Karte des Mittelmeers und tatsächlich der Bereich, den wir hier sehen. Das sind die zentralen Räume, mit denen wir uns in der alten Geschichte beschäftigen. Einmal im Osten die Südspitze der Balkan-Halbinsel, Griechenland, ganz im Süden sehen Sie die Peloponnes und dann die vielen Inseln in der Ägäis, einschließlich der heute türkischen Westküste. Das ist einer der Räume, mit denen wir uns befassen und dann zweitens die Apennin-Halbinsel, also Italien einschließlich der großen Inseln, Sizilien, Sardinien und Korsika. Das ist der zweite große Pol der alten Geschichte. Schauen wir mal, wie sich das dann so darstellt. Also zunächst mal haben wir hier diesen Bereich, die südliche Balkan-Halbinsel, das ist Griechenland. Die Griechen selbst sprachen von Hellas, also eine Zivilisation, sui generis, klar abgegrenzt durch ihre Sprache. Wer Grieche spricht, ist Grieche, wer nicht Grieche spricht, ist kein Grieche, der ist ein Barbar. Das war die Selbstwahrnehmung der Griechen. Und dann als zweites großes Zivilisationszentrum der Antike Rom, hier in der Mitte Italiens und dann durch eine singuläre Expansion, zunächst mal in Mitte Italien und dann auf dem italienischen Stiefel eine Hegemonialmacht erst im westlichen Mittelmeer. Und dann schließlich in noch größerem Maßstab, wir sehen das hier, eine imperiale Macht, die das ganze Mittelmeerbecken kontrolliert, von der iberischen Halbinsel hier über Gallien, den Balkanraum, Griechenland selbstverständlich eingeschlossen, Anatolien, also die heutige Türkei, Vorderasien und dann das gesamte Nordafrika, einschließlich Ägyptens. Also ein Reich, das sich um das Mittelmeer herum entwickelt und das gesamte Mittelmeerbecken in einer einzigen politischen Struktur zusammenfasst. Das ist sozusagen der Höhepunkt antiker Geschichte, wenn Sie so wollen, also zumindest machtpolitisch der Höhepunkt, das römische Reich, das dann im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus diese gigantischen Ausmaße erreicht. Wenn wir jetzt in einer noch etwas größeren Skala das Ganze sehen, dann ist das Mittelmeer eigentlich nur eine Teilregion des ganzen Raumes, mit dem wir uns als Althistoriker beschäftigen. Wir haben hier zunächst tatsächlich das Mittelmeer, hier gelb umrandet, das Mittelmeerbecken, dann rot hier Gallien und Germanien, Britannien im Nordwesten, Orange, der Nahe Osten, ein Raum für sich östlich daran angrenzend, Persien, der Iran und dann hier so türkis umrandet, die verschiedenen Steppen und Wüstengrenzräume ganz am Rand der alten Welt, einmal im nördlichen Schwarzmeergebiet, Südrussland, die Steppen, dann der Süden der arabischen Halbinsel, auf die Sicht der Sahara-Raum, bevölkert hauptsächlich von nomadischen Gruppen, die aber aufs engste mit den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt interagieren und insofern auch auf diese Landkarte der antiken Zivilisationen selbstverständlich gehören. Also da haben wir hier schon einen sehr viel größeren, wenn Sie so wollen, jetzt fast schon semi-globalen Wirkungszusammenhang. All das sollte man als Althistoriker durchaus mit auf dem Schirm haben. Es wird aber jetzt noch globaler, wenn Sie jetzt mal die Perspektive verschieben und das Ganze etwa, den Globus etwas drehen, so dass wir den indischen Ozean und den indischen Subkontinent hier in der Mitte haben, dann ist das Mittelmeer plötzlich ganz am Rande und es tritt im ersten Jahrhundert vor Christus mit dieser Welt, die ihr Zentrum im indischen Ozean hat und für den der indische Ozean so eine Art Drehscheibe ist, mit dieser Welt tritt das Mittelmeerraum seit dem ersten Jahrhundert vor Christus dann systematisch in Kontakt. Das sind zunächst mal Indien, dann aber daran angelagert hier China, der vordere Orient, also mit dem Nahen Osten und mit dem Iran und dann hier blau umrandet ganz am Rande das Mittelmeerbecken und hier so bräunlich eingekreist der Raum um das Rote Meer, die arabische Halbinsel und dann vor allem das Horn von Afrika, auch noch das subsaharische Afrika. Alle diese Zonen sind über diese große Drehscheibe des indischen Ozeans, wo dann eben Geografen die Monsunwinde entdecken und die Kraft dieser Monsunwinde Seefahrer von der einen Seite zur anderen Seite des indischen Ozeans zu befördern. All das wird ab dem ersten Jahrhundert vor Christus immer engmaschiger miteinander verflochten. Insofern kann man sagen, die Antike, die griechisch-römische Antike wird dann im ersten Jahrhundert vor Christus zu einer tatsächlich semi-globalen Zivilisation. Wir können Indien, China, Afrika, den Nahen Osten, diese Räume können wir als Althistoriker überhaupt nicht mehr ignorieren. Also was sich da abzeichnet, ist in der Tat so etwas wie eine afro-eurasiatische Proto-Globalisierung. Wenn wir jetzt uns fragen, mit was für Zivilisationen haben wir es zu tun, was für Epochen haben wir da in der alten Geschichte, dann ist das in der Tat erstmal ganz zentral Griechenland, also der Raum südlicher Balkan und Ägäis. Das ist etwas, womit wir uns beschäftigen, was wir auch sprachlich durchdringen können. Wir haben griechische Quellen, altgriechische Quellen, die uns diesen Raum erschließen und dann haben wir als zweiten großen Baustein darauf Rom und Italien. Da haben wir dann eben die lateinischen Quellen, die uns diesen Raum erschließen und zusammen mit den griechischen und lateinischen Quellen können wir sozusagen diesen Kernbestand jetzt der Zivilisation des antiken Mittelmeerraums durchdringen. Das ist eigentlich das, womit sich Althistoriker beschäftigen. Nun ist Rom aber, wir haben es eben gesehen, eine imperiale Macht. Es dehnt seinen Wirkungskreis dann weit über Italien hinaus aus. Das römische Imperium umfasst das gesamte Mittelmeerbecken und seine Randbereiche. Wir haben dann also dazu und da drauf aufgesetzt noch jetzt diesen Baustein des römischen Imperiums. Das ist also Mittelmeer plus Nordwesteuropa, der Raum Gallien, Germanien, Britannien und dann dazu noch der Nahe Osten. Also das wird alles vom römischen Imperium in Anspruch genommen. Jetzt sehen Sie aber, dass diese Bauklötze so etwas in der Luft schweben und das Ganze braucht noch ein solides Fundament. Und Griechenland ist selbstverständlich nicht vom Himmel gefallen, sondern die Griechen hatten sehr wohl Zivilisationen vor sich, auf die sie sich bezogen haben, ganz vielfältig mit denen sie interagiert haben. Also diese klassisch antike Geschichte, die wir jetzt hier in den Bausteinen vor uns haben, die braucht sozusagen noch ein Fundament. Und dieses Fundament, das ist der Alte Orient, das ist der Nahe Osten, also dann vor allem Mesopotamien, aber auch Syrien und Ägypten dazu. Und das zusammen bildet eine Einheit, die wir das Altertum nennen. Und das Altertum besteht dann eben tatsächlich aus diesem Teil. Es kommen aber noch so einige Dinge in der Peripherie jetzt dazu. Und deswegen die Frage, wie lässt sich das Ganze eigentlich chronologisch eingrenzen? Wir haben also diesen ganzen Bereich, der Alte Orient, da fangen wir dann schon vor, wir werden es gleich noch sehen, vor 3000 vor Christus an. Das römische Imperium reicht im Westen des Mittelmeers bis etwa 500 nach Christus. Wir haben ja also eigentlich so schlappe 4000 Jahre Geschichte vor uns. Und darum wächst noch so einiges, was wir eben auch auf dem Schirm haben, sollten. Wir haben hier die Kelten und die Germanen und das alte Persien, Indien und schließlich China. Das alles ist in einem großen, riesengroßen Wirkungszusammenhang. Man kann gar nicht das eine ohne das andere denken. Insofern, das alles gehört irgendwie zur alten Geschichte, wobei ich immer wieder betone, Griechenland und Rom, das sind die eigentlichen Kerne dessen, womit wir uns beschäftigen. Wenn wir das jetzt auf so einem Zeitstrahl mal versuchen zu fixieren, um die chronologischen Dimensionen deutlich zu machen, dann haben wir hier so etwa von 1200 vor Christus bis etwa zur Zeitenwende. Sie sehen, ich habe das Jahr 1 nach Christus dort eingetragen. Das liegt daran, dass es ein Jahr 0 nicht gibt. Also das Jahr 1 vor Christus geht dann direkt in das Jahr 1 nach Christus über. Das hat ein Mönch aus der Spätantike mal so festgesetzt und er hat sich dann bei der Bestimmung der Geburt Jesu Christi, da hat er sich auch noch ein paar Jahre verhauen. Das macht aber nichts. Das ist unser großer Fixpunkt dieses Jahr 1 nach Christus. Also bis dahin reicht etwa das, was man eine eigenständige griechische Geschichte nennen könnte. Also wir überblicken hier jetzt ungefähr 1200 Jahre Geschichte. Wenn wir jetzt auf Rom gucken, das ist sogar noch ein bisschen länger. Rom bei dem Historiker Varro im ersten Jahrhundert vor Christus, da steht, Rom wurde 753 vor Christus gegründet. Natürlich konnte er das noch nicht sagen vor Christus, aber er hat das nach Olympiaden, also nach der griechischen Zeitrechnung ausgerechnet. Da kommt man, wenn man das in die christliche Zeitrechnung umrechnet, auf das Jahr 753. Sie kennen vielleicht noch aus der Schule den Spruch 753, Rom kroch aus dem Ei. Aber inzwischen können uns Archäologen sagen, dass Rom eigentlich noch ein ganzes Stück älter ist. Rom ist nicht an einem Tag gegründet worden, sondern es ist ein längerer Prozess der Stadtwerdung, den wir hier beobachten können. Und der setzt so ein im 9. Jahrhundert vor Christus, also kurz vor 800 vor Christus. Und dann reicht die römische Geschichte eben im Westen bis etwa 500 nach Christus. 476, ich werde es gleich noch ansprechen, erlischt das römische Reich im Westen. Damit ist dann das Imperium dort Geschichte. Und man kann dann eigentlich damit, zumindest für den Westen Europas, die antike Geschichte ausklingen lassen. Also wir haben auf der einen Seite Griechenland 1200 bis etwa zur Zeitenwende und dann Rom so etwa 800, 850 vor Christus bis etwa 500 nach Christus. Wenn wir jetzt zu dem klassischen Altertum noch das orientalische Altertum dazu nehmen, dann kommen wir auf ein sehr viel längeres historisches Kontinuum. Das erstreckt sich dann vom vierten Jahrtausend vor Christus bis eben ins ungefähr Jahr 500 nach Christus. Sie sehen jetzt hier also die griechische Geschichte, die ist genauso lang wie in der Grafik eben, nur sieht sie jetzt eben angesichts des anderen Maßstabs anders aus. Hier ist die römische Geschichte. Und jetzt haben wir hier diese Geschichte, diese große Vorgeschichte des alten Orients, die beginnt für uns durch Quellen fassbar, sodass wir Schrift haben, die uns Auskunft gibt über Geschichte, über bestimmte Ereignisse in der Geschichte. Etwa 3500 vor Christus. Also da sind wir dann 2500 Jahre vor dem Anfang der griechischen Geschichte. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist länger als jetzt die römische Geschichte her ist, von unserem Standpunkt aus. Also wir haben hier der altorientalischen Geschichte, die ungefähr bis ins Jahr 330 vor Christus reicht, bis zur Eroberung des Orients durch Alexander den Großen. Da haben wir also über 3000 Jahre Geschichte vor uns. Und dieses orientalische Altertum, das ist eine geschichtliche Größe, die wir als Althistoriker unbedingt mit auf dem Schirm haben sollten. Denn es gehört ganz eminent zu der Geschichte, wie Griechenland und Rom zu dem geworden sind, was sie sind. Wir können diesen alten Orient nicht ignorieren. Und der bringt natürlich seine Sprachen mit sich. Also jetzt reichen dann Griechisch und Lateinisch. Das reicht nicht mehr. Wir brauchen die Keilschriftsprachen. Wir brauchen Sumerisch. Wir brauchen Akkadisch. Wir brauchen dann aber auch die westsemitischen Sprachen, die Aramäisch und Hebräisch. Und wir brauchen die diversen ägyptischen Schriftsysteme. Die Hieroglyphen, das Hieratische, das Damotische. Also das sind die Schrift- und Sprachsysteme, die dann alle noch dazukommen. Und Sie können sich vorstellen, in einen Althistoriker, da passt so viel eigentlich gar nicht rein. Ganz kurz, was sind eigentlich jetzt die großen welthistorischen Zäsuren, die diese Geschichte einteilen? Da können wir noch ein bisschen weiter zurückgehen oder eigentlich noch viel weiter zurückgehen. Nämlich ungefähr ins Jahr 11.000 vor Christus. Da fängt es an, dass Menschen sesshaft werden und vom Jagen und Sammeln zu so etwas wie sesshafter Landwirtschaft allmählich anfangen überzugehen. Und dann eben sagen wir bis ins Ende der Antike 500 nach Christus. Was sind das für große Einschnitte, mit denen wir es da zu tun haben? Also als erstes die sogenannte Neolithische Revolution. Da werden wir nächste Woche noch relativ ausführlich drüber sprechen. Von 11.000 vor Christus bis hin dann zum Übergang zu sesshafter Landwirtschaft. 11.000, 10.000 vor Christus. Das Ganze vollzieht sich alles in der nördlichen Levante, ungefähr da, wo heute der Grenzraum zwischen den Staaten Syrien und der Türkei ist. Da bricht also sozusagen diese Neolithische Revolution 11.000 vor Christus vor 13.000 Jahren mittlerweile aus. Und Menschen werden sesshaft und betreiben Landwirtschaft. Dann viel, viel später kommt die zweite große Revolution. Da sind wir hier in Mesopotamien im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Das ist die urbane Revolution. Da sind wir etwa 3.500 vor Christus. Und da entstehen erste Städte. Und die Bewohner dieser Städte, die spezialisieren sich funktional. Das heißt, es bilden sich so etwas wie Berufe. Nicht mehr alle Leute machen Landwirtschaft, sondern es gibt plötzlich Handwerker. Es gibt Schreiber. Es gibt Soldaten. Ganz, ganz viele Funktionen, die Menschen plötzlich wahrnehmen können. Ein großer gesellschaftlicher Durchbruch, der sich hier vollzieht. Wiederum deutlich später, 1200 vor Christus. Bis dahin haben sich in Vorderasien große Imperien gebildet. Das Hethiterreich, das Assyrerreich, das ägyptische Neue Reich. Auch in Griechenland sind große Zentren entstanden, Mykene etwa. Diese Zentren und Imperien, die brechen um 1200 vor Christus ganz plötzlich und alle mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt alle zusammen. Und man fragt sich, was ist da eigentlich los? Es beginnt ein völlig neuer Abschnitt der Geschichte. Und das ist so etwas wie die Initialzündung zu dem Abschnitt, den wir dann die klassische Antike nennen. Also dieses Jahr 1200 ist ganz wichtig. Ein ungemein wichtiger historischer Wendepunkt. Diese Imperien in Vorderasien, die müssen sozusagen zusammenbrechen, damit das, was wir die klassische Antike nennt, sich überhaupt entrollen kann. Die nächste große Zäsur, dann knappe 1000 Jahre später. Alexander der Große erobert das Perserreich. Das passiert ab 334 vor Christus. Sie kennen vielleicht alle diesen Spruch 333 bei Issos Keilerei. Das ist die erste große Schlacht zwischen Alexander und dem Perserkönig. Und damit beginnt jetzt tatsächlich nochmal ein ganz neuer Abschnitt. Denn plötzlich verlassen die Griechen ihren relativ engen Raum in der südlichen Balkan-Halbinsel. Und sie unterwerfen sich den gesamten Orient bis hinein nach Indien. Eine enorme Horizonterweiterung für die Griechen, die damit einhergeht. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Zäsur. Und die nächste Zäsur, die betrifft jetzt Rom. Rom wird nämlich ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus Weltreich. Rom hat in zwei großen Kriegen Kartago besiegt. Es besiegt dann schließlich auch die Nachfolgestaaten des Alexanderreiches im Osten. Das heißt, es wird erst im westlichen Mittelmeerraum und dann auch im östlichen Mittelmeerraum hegemonial macht. Rom wird ein Weltreich. Und diese Zäsur ungefähr vielleicht 190 vor Christus, wo Rom den Durchbruch zur Weltmacht hinlegt, das ist die nächste große Zäsur. Und die letzte Zäsur, über die wir zu sprechen haben, das ist dann das Ende des römischen Imperiums im Westen. 476 nach Christus geht der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, in den erzwungenen Vorruhestand. Er wird durch seinen eigenen Heermeister, einen Germanen, vom Thron gestoßen oder weggeschickt. Und danach gibt es eben keinen Kaiser mehr im Westen und es gibt im Grunde auch kein römisches Imperium mehr. Und diese ganze große, immer weitergehende Vernetzung, Verflechtung der antiken Mittelmeerwelt, das ist jetzt einfach auf Null zurückgesetzt. Das heißt, wir überblicken hier im Grunde einen ganzen Zyklus der Globalisierung und De-Globalisierung, wenn wir so wollen. Das Mittelmeerbecken endet 476, zumindest im Westen, relativ genau da, wo die ganze Geschichte um 1200 vor Christus schon angefangen hat. Die nächste Frage, wie lässt sich jetzt die alte Geschichte intern eigentlich periodisieren? Wir haben schon ganz grob das gemacht, Alter Orient, Griechenland, Rom. Wir machen jetzt das etwas feiner und konzentrieren uns jetzt mal auf Griechenland und Rom. Hier haben wir also diesen Balken der griechischen Geschichte, der lässt sich jetzt in verschiedene Abschnitte oder Segmente teilen. Das erste Segment, das folgt also direkt auf diese Katastrophe des Untergangs der großen Palastzentren, der großen Imperien in Vorderasien 1200 vor Christus. Das läutet ein dunkles Zeitalter, ein dunkel deshalb, weil kaum Quellen aus dieser Zeit überdauert haben. Die Leute haben also, sie haben nicht geschrieben, es gab keine Schrift, jedenfalls nicht in Griechenland, keine Schrift mehr. Es hatte sie schon vorher gegeben, aber sie geriet dann in Vergessenheit. Es gibt nur ganz, ganz wenig materielle Quellen, es wird kaum etwas gebaut, es wird nur sehr, sehr wenig hergestellt. Auch die Keramik, das ist alles sehr einfach. Deswegen sprechen wir von einem dunklen Zeitalter und aus diesem dunklen Zeitalter erwacht Griechenland dann um 700 vor Christus, so ganz allmählich. Und der große Durchbruch, den können wir eigentlich mit dem Namen Homer verbinden. Homer hat uns zwei große Eppen, zwei große Werken der Literatur hinterlassen, die Ilias und die Odyssee, beide anzusiedeln, so um 700 vor Christus. Und plötzlich, da geht das dann Knall auf Fall, da haben wir dann sehr, sehr viel mehr Texte. Die Schrift kommt zurück, es wird sehr, sehr viel mehr hergestellt, es wird sehr Wirtschaft bergauf. Diese Epoche, die da um 700 anfängt und um 500 vor Christus endet, das nennen wir die alte Zeit Griechenlands, die Archaik. Das ist die Zeit, in der die Organisationsform, in der die Griechen ihre Staatlichkeit organisiert haben, die Polis, in der sie Gestalt annimmt und in der dann auch so etwas wie der Grundstein gelegt wird zur attischen Demokratie, die sie alle kennen. Die kommt dann allerdings voll zum Durchbruch in der Klassik, also der Phase griechischer Geschichte, die wir sozusagen für das absolute Nonplusultra der griechischen Geschichte halten. Athen und Sparta, das sind jetzt die großen Vormächte auf der südlichen Balkanhalbensee. Sie kämpfen um die Hegemonie, liefern sich auch einen großen Krieg. Aber es gibt eine enorme kulturelle Blüte, die griechische Philosophie, Platon und Aristoteles, die Tragödie, Sophocles, Euripides, Aeschylus, die Komödie, all das erlebt zu dieser Zeit eine Blüte. Es ist also eine Art Feuerwerk der Dinge, die man plötzlich ausprobieren kann. Die Klassik ist also insofern eine der interessantesten Teilepochen der alten Geschichte. Und schließlich dann der Hellenismus, eingeläutet durch Alexander den Großen ab 330, ungefähr also bis zur Eroberung des letzten großen hellenistischen Reiches Ägypten durch die Römer 31 vor Christus. Der Hellenismus, das ist dann eigentlich gar nicht mehr auf die griechische Geschichte begrenzt. Das ist eine Weltkultur. Der Hellenismus erfasst alle vom Westen des Mittelmeers bis hin nach Indien. Eine enorme Horizonterweiterung, die damit einhergeht. Im Grunde genommen schon so etwas wie eine Vorwegnahme von Globalisierung. Und dann haben wir teilweise parallel dazu die römische Geschichte und auch sie zerfällt in vier Perioden. Da gehen wir stärker danach, wie es eigentlich die römische Staatlichkeit organisiert. Zunächst haben wir ab diesem legendären Gründungsdatum 753, ein gewisser Romulus soll Rom gegründet haben, bis 510 vor Christus. Das ist die Königszeit. Zumindest die Schlussdatum 510, wo die Könige gestürzt werden. Das ist relativ zuverlässig. Und dann haben wir eine lange Phase, in der mehr als eine Person den Ton angeht, in Rom und Politik gestaltet, wo das ein kollektives Projekt wird. Das ist die römische Republik von 510 bis 27 vor Christus. Daran anschließend mit Augustus beginnen, 27 vor Christus bis 284 nach Christus, die römische Kaiserzeit. Also die Zeit, wo Rom dann wieder eine Monarchie wird, mit dem Prinzipat einer Monarchie sui generis, also einer Monarchie in einer ganz besonderen römischen Ausprägung. 284 nach Christus die Herrschaft des Kaisers Diokletian, der dann eine neue Art von Kaisertum begründet. Das läutet dann die Phase ein, die wir die Spätantikel nennen. Ich lasse die dann 550 nach Christus etwa ausklingen mit dem römischen Kaiser Justinian, der im Osten regiert, aber nochmal so etwas versucht, wie die Wiedervereinigung der beiden Reichshälften West und Ost. Das ist ein militärisches Projekt, das am Ende scheitert. Aber damit können wir die Antike dann eigentlich guten Gewissens ausklingen lassen. Insofern hier also diese acht Teilepochen, merken sie sich das. Darin müssen sie sich im Schlaf zurechtfinden, was das ist. Also von der im Grunde vom dunklen Zeitalter bis zum Hellenismus bei den Griechen, von der Königszeit bis zur Spätantike bei den Römern. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen jetzt ein paar Dinge vermitteln, warum es sich überhaupt lohnt, alte Geschichte zu studieren. Einige von Ihnen werden es mit Begeisterung tun, die anderen, vermutlich sind es mehr, die sagen sich, naja, mich interessiert doch eigentlich was ganz anderes, mich interessiert doch eigentlich die Weimarer Republik oder meinetwegen die Zeit der Reichsgründung oder der Nationalsozialismus. Warum muss ich jetzt etwas machen, wenn ich Geschichte studiere, was so schrecklich lange her ist wie die alte Geschichte? Und ich hoffe Ihnen auf diese Fragen dadurch, dass ich hier ein ganz paar Argumente für die alte Geschichte Ihnen präsentiere, dass ich Ihnen darauf eine Antwort geben kann. Zunächst mal, es gibt eine Menge Einwände, sowas wie Latein, das ist eine tote Sprache, was kann man damit überhaupt anfangen, das ist doch lange her oder habe ich oft gehört, das antike Palmyra, das waren doch bloß ein paar Steine. Ja, aber dann auch solche Argumente wie die alten Römer und die alten Griechen, das sind doch alles alte weiße Männer oder die alten Sprachen, das ist etwas, womit sich die Eliten von der Masse unterscheiden möchten, da geht es eigentlich um Herrschaft. Also solche Kommentare habe ich oft gehört. Ich sage, was da im Grunde genommen im Vordergrund steht, bei denen, die so kommentieren, das ist ein Kosten-Nutzen-Denken. Und da sollten Sie sich jetzt als Geschichtsstudenten sagen, dieses Kosten-Nutzen-Denken, das ist jetzt erstmal eine Kategorie, da mache ich gar nicht mit. Also diesen Fragen verweigere ich mich, ich frage gar nicht danach, was kostet das jetzt eigentlich und was bringt das sozusagen einen unmittelbaren Nutzen. Ich bin ja an etwas ganz anderem interessiert. Sie sind daran interessiert, zu verstehen. Und das Verstehen funktioniert über erklären. Sie wollen verstehen, wie unsere Welt, wie sie heute ist, zu dem geworden ist, was sie ist. Und wenn man das verstehen möchte, muss man sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Da reichen in der Regel 50 Jahre oder 100 Jahre oder 200 Jahre, reichen nicht. Ich bin da ganz bei Goethe, wer gesagt hat, wer nicht weiß von 3000 Jahren zu sagen, der bleibt im Dunkeln unerfacht, mag von Tag zu Tage leben. Also wir können uns im Grunde genommen unsere eigene Existenz und unsere eigene Wirklichkeit und die Moderne, wir können uns das eigentlich nur angemessen erklären, wenn wir sehr, sehr weit in der Geschichte zurückgehen. Das ist einer der Faktoren, die für mich begründen, warum es wichtig ist, sich auch mit Epochen zu beschäftigen, die schon sehr, sehr lange zurückliegen. Es gibt ja noch ein paar andere Gründe. Ich möchte Ihnen drei nennen. Der erste ist, uns verbindet eine direkte 2000 Jahre lange Rezeptionsgeschichte mit der Antike. So Dinge wie die Philosophie oder die Kunstgeschichte der Moderne oder das politische Denken. Denken Sie an so etwas wie Demokratie. Ja, das wurzelt selbstverständlich in der griechischen Antike schon rein begrifflich. Wir werden es gleich sehen. Das wäre alles undenkbar, ohne Anknüpfungspunkte, ohne sozusagen Anker in der Antike, die wir werfen können. Und wenn wir diese Ankerpunkte nicht kennen, dann entgleitet uns im Grunde genommen der Punkt, wo diese ganze 2000-jährige Rezeptionsgeschichte ansetzt. Die ist deswegen so intensiv, weil die Antike lange, lange Zeit bis im Grunde in die unmittelbare Vergangenheit, zumindest bis ins 19. Jahrhundert, immer als vorbildhaft angesehen wurde. Die Griechen und die Römer wurden der Moderne als ein Zeitalter vorgeführt, das zum Teil moralisch oder auch intellektuell in noch älteren Zeiten auch technologisch überlegen ist. Insofern galt die Antike dann immer als etwas Vorbildhaftes, dem es nachzueifern galt. Und man hat deswegen immer wieder die Antike wiederentdeckt. Immer wieder neu und mit immer wieder neuen Fragen, die gestellt wurden. Es ist immer wieder der Bezug auf die Antike erfolgt. Und dass man sich davon emanzipiert und getrennt hat, das ist eigentlich ein sehr, sehr junges Phänomen. Das heißt, einen ganz, ganz großen Teil, zumindest der europäischen Geschichte, aber auch der euroamerikanischen Geschichte, können wir gar nicht verstehen, ohne überhaupt die Antike zu begreifen. Ich möchte Ihnen das ganz kurz visualisieren an ein paar Beispielen. So was wie Universitas, also unsere Universität, Medicus, der Arzt, Medizin, Manus, die Hand, das Manuskript, Finestra, Fenster, Strata, Straße, das sind Wörter, die kommen aus dem Lateinischen. Philos und Sophia, dazu Philosophie, Philos und Athelos, die Liebe zur Unendlichkeit, Philatelie, Demos und Kraten, Demokratie. Also alles Begriffe, die aus dem Griechischen oder Lateinischen zu uns gekommen sind. Dann schließe ich so etwas, wenn Sie durch Oldenburg gehen und sich mal Säulen angucken. Eine dorische Säule, eine ionische Säule, eine korinthische Säule, das sind so architektonische Archetypen, Urformen, denen Sie immer wieder begegnen werden in den unterschiedlichsten Kombinationen und Modularisierungen. Ursprünglich ausgedacht haben sich das die Griechen, aber sie kommen im Grunde genommen, wenn Sie sich die moderne Architektur angucken, sie kommen gar nicht ohne dieses Wissen aus, wie eigentlich griechische Architektur funktioniert. Das erklärt Ihnen letztendlich dann auch, wie moderne Architektur funktioniert. Damit bin ich schon beim zweiten Grund. Viele historische Prozesse bis in die Gegenwart lassen sich überhaupt nur verstehen, wenn man die griechische und römische Geschichte kennt. Wie das? Es gibt unglaublich viele Strukturen, die wir in der Gegenwart vorfinden, die eine sehr, sehr lange Entstehungsgeschichte haben. Umgekehrt gibt es Strukturen aus einer fernen Vergangenheit, die dann immer wieder irgendwie so durchbrechen, wie ein Bild, das Sie 20 Mal übermalen, aber am Ende brechen immer wieder die Umrisse des ursprünglichen Bildes durch. Genau das passiert tatsächlich mit ganz, ganz vielen historischen Gegebenheiten aus der Antike auch. Ich bringe jetzt nur mal einfach ein Beispiel. Das hier, diese Linie, die Sie da rot markiert sehen, das ist die Saavedrina-Linie entlang zweier Flüsse, der Saave und der Drina zwischen dem heutigen Bosnien-Herzegowina und der Republik Serbien. Und diese Saavedrina-Linie entlang dieser Linie ist ab 1991 Jugoslawien auseinandergebrochen. Und die unglaublichen Verheerungen und Verwerfungen dieser postjugoslawischen Kriege in den 1990er Jahren, die haben sich im Grunde alle entlang dieser großen Bruchkante abgespielt. Teilweise etwas westlich davon, aber im Grunde genommen diese große Bruchkante, das ist die entscheidende Linie entlang der Jugoslawien auseinandergebrochen ist. Und wenn Sie jetzt mal schauen, hier in das Jahr 400 nach Christus, dann sehen Sie exakt dieselbe Linie. Ich habe sie hier jetzt auch rot markiert auf dieser Karte. Das ist die Karte, die die endgültige Teilung des Römischen Reiches in ein Westreich und ein Ostreich visualisiert. Und diese beiden Reiche sind genau entlang der Saavedrina-Linie geteilt worden. Und mit einer enormen Energieladung, die dann weit in die Zukunft strahlt. Denn dieses Jugoslawien, das sich 1919 nach dem Ersten Weltkrieg gebildet hat, das ist im Grunde genommen aus völlig unterschiedlichen Teilen zusammengewürfelt worden, die eine völlig unterschiedliche Geschichte hatten, einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Teil dieses Jugoslawien eben östlich der Saavedrina-Linie liegt und damit zu dem alten Ostrom gehörte. Und ein Teil Bosnien und Kroatien und Slowenien eben westlich dieser Linie liegt und damit zum alten weströmischen Teil des Imperiums gehörte. Und dieses Gespenst der Reichsteilung verfolgt im Grunde genommen die Region bis auf den heutigen Tag. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn Sie jetzt an den Rand der Karte gehen nach Britannien, die Nordgrenze hier des römischen Britannien, die Sie gerade noch so eben auf der Karte sehen können, das ist bis heute eigentlich fast exakt die Grenze zwischen England und Schottland. Und auch das ist ja nun eine historische Grabenlinie, die in den letzten Jahren von sich reden gemacht hat. Ich bringe Ihnen noch ein zweites Beispiel. Hier sehen Sie zwei Briefmarken von der Syrischen Arabischen Republik. Links sehen Sie The Beauty of Palmyra, rechts sehen Sie Zenobia. Das ist eine Grabplastik aus der syrischen Stadt Palmyra, gelegen mitten in der syrischen Wüste in einer Oase, die 2015 vom islamischen Staat erobert wurde. Palmyra ist eine UNESCO-Welterbestätte, eine der großartigsten Ruinenstädte aus der ganzen römischen Welt. Und die Terroristen des islamischen Staates, die haben dort 2015 gehaust wie die Berserker, haben dort viele Dinge, viele kulturhistorisch ausgesprochen, wichtige Sachen kurz und klein geschlagen. Und diese beiden Briefmarken, die eben diese Grabplastik aus Palmyra zeigen und die Figur rechts, das ist vermutlich nicht die berühmte Königin Zenobia von Palmyra, die um 270 nach Christus den Römern die Stirn geboten hat, sondern vermutlich ist das auch einfach eine namenlose Frau, die hier auf einer Grabplastik dargestellt ist, aber wie immer es sich damit verhält. Die beiden Briefmarken zeigen, wie wichtig dieses Palmyra für die heutige Republik Syrien und das Regime dort ist. Also man hat dort diese Ruinenstädte Palmyra und seine Geschichte ganz massiv in den Dienst so etwas wie eines syrischen Nation Building gestellt. Man hat daran eine nationale Identität gekoppelt. Ganz einfach, weil der Nationalstaat Syrien ganz genauso wie Jugoslarien ein Kunstgebilde ist. Man sucht nach irgendwelchen Identitätsankern in der Vergangenheit und das kann in einem ethnisch und religiös und sprachlich so fragmentierten Gebilde wie Syrien das ist, kann das nur etwas sein, was sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegt, was in die vorislamische Zeit zurückreicht und das ist eben das antike Palmyra ein ganz guter Ausgangspunkt. Und genau das hat den Milizen des Islamischen Staates nicht gepasst und für die ist also dann Palmyra sozusagen ein Symbol der Assad-Regierung, gegen die man ja revoltiert hat, gewesen. Und hier sehen Sie also einen der großartigsten Tempel der ganzen römischen Welt. Nach 2015 ist der dann nur noch ein Haufen tatsächlich alter Steine gewesen, denn die Gerejas vom Islamischen Staat haben dort eine mächtige Bombe mit so und so vielen Tonnen TNT-Sprengkraft explodieren lassen. Und es ist nur dieses eine große Portal, das Sie da ganz rechts im Bild sehen, das ist tatsächlich stehen geblieben. Also insofern sehen Sie hier die Zusammenhänge zwischen dem, was sich ganz rezent tut. Man könnte das jetzt noch durch andere Beispiele erweitern, durch das aktuelle Geschehen in Afghanistan etwa. Das lässt sich zurückführen auf Prozesse, die so weit zurückliegen in der Vergangenheit, also zum Teil tausende von Jahren, dass Sie, wenn Sie nicht im Grunde genommen ein ganzes Kontinuum von Geschichte, Goethes berühmte 3000 Jahre überblicken, dann sind Sie da verraten und verkauft, dann haben Sie keine Chance, diese Dinge überhaupt zu verstehen. Dritter Grund, und das ist vielleicht der allerwichtigste, gerade in einer Zeit, wo wir mit dem Fremden und dem Anderen im Grunde immer konfrontiert sind, erstes Eintauchen in eine völlig fremde, ferne und ganz andere Wirklichkeit stellt andere Epochen und unsere eigene, unsere moderne, eben inklusive, überhaupt in einen Kontext. Das heißt, wir begreifen erst, was ist eigentlich das Besondere an unserer Epoche, wenn wir als Vergleichsmaßstab etwas völlig Fremdes haben. Und auch das möchte ich Ihnen kurz an etwas veranschaulichen. Wenn wir nochmal hier diese Teilepochen der antiken Geschichte uns anschauen, das dunkle Zeitalter, also ganz, ganz kleine dörfliche Gemeinschaften, die so rund um das Mittelmeer verteilt sind und in vollständiger Isolation voneinander leben. Und plötzlich, zur Zeit Homers, da fängt man dann an, zur See zu fahren. Man guckt auf das Meer, man fragt sich, was liegt denn hinter diesem Meer? Was ist an den Stränden los, zu denen wir jetzt dort aufbrechen? Bis schließlich dann zur römischen Kaiserzeit, wo ein dichtes Netz von Straßen und Schifffahrtsverbindungen und ein Postsystem diese Welt auf das Engste verbindet. Und dann, wenn Sie sich dann anschauen, sich in der Spätantike um 500 nach Christus, da zerbröselt das dann plötzlich alles wieder auf einen Schlag. Und Sie sind plötzlich wieder eigentlich bei den ganz kleinen Gemeinschaften, die nur den Horizont Ihres Dorfes haben. Sie sind eigentlich genau wieder da angekommen, wo die Antike um 1200 vor Christus schon mal angefangen hatte. Dann sehen Sie hier eigentlich einen kompletten Zyklus von Verflechtung und Entflechtung der Mittelmeerwelt. Und wenn Sie so wollen, einen kompletten Zyklus auch von Globalisierung und De-Globalisierung vor sich. Sodass das dann Fragen aufwirft, wenn wir jetzt noch mal hier auf unsere Kreise, also diese ganz große Verflechtung des afro-eurasischen Raumes, wenn wir das uns anschauen, ist eigentlich die Frage, ist Globalisierung eigentlich unumkehrbar? Geht die immer weiter? Oder kann das sein wie in der Antike, dass irgendwann jemand daherkommt und den großen Reset-Knopf drückt und alles fängt von vorne an? Das ist so eine der großen Fragen, die sich durch die Kenntnis der antiken Geschichte und eben das Beispiel, dass so etwas alles schon einmal komplett zurückgesetzt werden konnte, das sich eigentlich gerade dadurch förmlich aufdringt. Ganz kurz, weil das eigentlich der Gegenstand des Grundkursseminares ist, mit welchen Quellen arbeitet die alte Geschichte? Wir haben es im Grunde hauptsächlich mit vier Typen von Quellen zu tun. Wir beschäftigen uns mit literarischen Texten. Diese literarischen Texte sind in seltensten Fällen direkt auf uns gekommen, sondern sie wurden von den Mönchen in den mittelalterlichen Klöstern, wurden sie kopiert, abgeschrieben von Papyrusrollen auf Kodizes, also auf im modernen Sinne gesprochen Bücher, die da aus Pergament und also einem beständigeren Material waren und sind auf diese Weise erhalten geblieben. Allerdings sind nur etwa vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent aller antiken Texte überhaupt erhalten. Also es hat einen viel, viel größeren Schatz von Texten ursprünglich gegeben und auch daran sehen Sie das Ausmaß dieser kolossalen De-Globalisierung in der Spätantike. Das ist nämlich der große Trichter, durch den überhaupt nur diese ganz wenigen Texte durchgekommen sind. Die meisten Texte sind dann irgendwann im frühen Mittelalter verschollen und man hat von ihnen nie wieder etwas gehört. Die zweite große Quelle, das sind Inschriften. Die griechische und die römische Zivilisation, das waren eminent epigraphische Zivilisationen. Das bedeutet, man hat in Stein gemeißelt, was zu meißeln war. Grab-Inschriften, Ehr-Inschriften, Triumph-Inschriften, Inschriften aller Art, Bau-Inschriften selbstverständlich. Alles, was irgendwie für die Nachwelt übermittelt werden sollte, das wurde dem Stein anvertraut und hat deswegen tatsächlich in vielen Fällen, wir haben Hunderttausende von Inschriften aus der Antike, hat in sehr, sehr vielen Fällen tatsächlich bis heute überlebt. Eine weitere Fundgattung, die ebenfalls sehr dauerhaft ist, sind Münzen, die sind klein genug, oft lohnt es sich nicht, die einzuschmelzen, höchstens wenn sie aus Gold sind, die sind dann natürlich auch sehr viel seltener. Aber Münzen dokumentieren alte Geschichte sehr gut, schon deswegen, weil sie in der Regel ganz genau datierbar sind. Und wenn Sie eine Münze irgendwo finden, dann können Sie den Fundkontext, wo diese Münze gefunden ist, manchmal bis auf ein Jahr genau datieren. Und schließlich die vierte große Gruppe von Quellen, mit denen wir uns beschäftigen, das sind Papyri und Pergamente. Also auch Texte, die aber eben auf einem originalen, antiken Material festgehalten sind. Zum Teil sind das auch literarische Texte, die wir da finden. Zum großen Teil sind das aber einfach Verwaltungstexte, Wirtschaftstexte, irgendwelche Verträge, Rechtstexte, die ganz normale Römer, so wie du und ich oder Griechen, dem Papyrus anvertraut haben. Und in bestimmten trockenen Milieus, wie in Ägypten oder im Nahen Osten, haben sich eben diese Texte dann erhalten. Sie vermissen hier vielleicht archäologische Quellen. Das ist nun in der Tat eine andere Wissenschaft, die sich darum kümmert. Das sind die verschiedenen Archäologien, also vor allem jetzt mal die klassische Archäologie, aber auch die provinzialrömische Archäologie. Die fragen nach den archäologischen Überresten der Antike. Das ist aber natürlich etwas, was wir als Althistoriker nicht ignorieren können. Nur wir erforschen es nicht selbst, wir erforschen es sozusagen aus zweiter Hand. Ganz kurz ein paar Schlüsselbegriffe nach dieser Vorlesung, die Sie sich unbedingt merken sollten. Das sind die im Wesentlichen die Epochen, die ich angesprochen habe. Merken Sie sich dunkles Zeitalter, Archäik, Klassik, Hedinismus, römische Königszeit, römische Republik, römische Kaiserzeit und Spätantike. Also wenn Sie diese Periodisierung jetzt mitnehmen aus der Vorlesung, dann ist das schon sehr gut. Sie können sich unbedingt auch merken, die Savedrina-Linie, das ist über die antike Geschichte hinaus ein wichtiger Begriff und die Reichsteilung von 395 nach Christus, das ist etwas, das wird uns in der antiken Geschichte immer mal wieder begegnen. Also das sind Begriffe, die sollten Sie sich merken. Abschließend Literatur, das ist eher schmal. Sie können gerne, wenn Sie die Gründe noch mal nachlesen wollen und in vielleicht noch etwas eleganter formulierter Art und Weise, als ich das jetzt Ihnen dargeboten habe, lesen Sie von Christian Meier, Was soll uns heute noch die alte Geschichte? Nachzulesen bei Wilfried Nippel über das Studium der alten Geschichte München 1993, Seiten 323 bis 352. Dieser Text, da werden Sie sowieso nicht drumherum kommen, der wird Ihnen ganz sicher im Seminar begegnen. Dafür ist der sowieso zu lesen. Also insofern keine Frage, den lesen wir alle gemeinsam. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören.